Der nachfolgende Ritt wird Ihnen präsentiert von der GC GmbH – Bewegung mit System. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 International starten für Dänemark, am Bodensee zu Hause. Und heute gewann er mit seinem neunjährigen Westfalensohn Apollo. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Mortengramm. Und ja, wie oft waren Sie schon in Böblingen? Was können Sie zu Ihrem Pferd so sagen? Neunjährig, noch nicht allzu alt, wie lange schon im Sport? Ich habe diese Pferde übernommen vor vier Monaten. Und das ist das erste Springen, was ich mit diesem Pferd gewinne. Der ist erst neun Jahre alt, hat nicht so viel Erfahrung. Und macht sie aber sehr gut. Also ein Pferd für die Zukunft, wo Sie ein bisschen drauf aufbauen. Was haben Sie so jetzt am Wochenende noch so für sich geplant hier an dem Wochenende hier? Das ist sicher ein Pferd, wo ich drauf aufbaue. Und das ist auch ein Pferd für sehr, sehr große Aufgaben für die Zukunft. Okay, gut. Ja, wie gesagt, neunjährig haben Sie selber gesagt. Noch nicht allzu lange in Ihrem Beritt. Und das Wochenende, noch mehr hier am Start jetzt? Ja, ich werde Sonntag wieder hier sein, morgen nicht, weil ich ziemlich weite Anreise habe. Und das ist halt Freitag und Sonntag. Freitag und Sonntag, dann Sonntag, alles auf einen großen Preis? Wir werden es versuchen. Gut, dann Ihnen viel Erfolg. Alles Gute nochmal und herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite aus. Und dann gute Heimreise und gute Anreise am Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr.